völlig verrückt da ist er wieder bei let's play savage lands und wir gehen jetzt uns das renntier holen wo ist es denn rentier als a da das war schon wieder dieser drache glaube ich hoffe ich hoffe ich und ich hoffe er ist immer noch ganz weit weg komm schon extra bessere axt in der letzten folge gebaut und du hängst fest hängst du jetzt wirklich da fest hängst komme ich doch nicht fest es ist es ist das ist das letzte folge erwischt haben jetzt haben wir eine szene das heißt wir können hammer bauen oder ein bogen was weiß ich aber auf jeden fall vielleicht wir können das essen ich bin jäger war wenn wir auch immer noch nicht so sicher ich glaube da bei dem dorf das ist immer noch nicht so der beste 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 platz um sich aufzuhalten wenn da in der nähe so ein drache lebt dann ist vermutlich auch nicht der beste platz um dort sein fleisch zu grillen da ist noch ein renntier ein größeres das rennt ganz schön weit weg ich koche uns erst mal ein stück fleisch hier vielleicht heilt uns das auch ein bisschen ist das ja bandage das ist ja vor allen dingen noch mehr erst mal cook meat ich möchte ja kein spielverderber sein aber ich brauche mehr habt ihr gehört ich brauche mehr verdammt gibt es ja irgend so eine fähigkeit um vielleicht irgendwas abzublocken was hat denn der was denn das vielleicht ist nicht mehr ganz so gut ist glaube ich zumindest ist denn das die möglichkeit ford items ich brauche einen beschissenen kein euro ich brauche diesen diesen ob das besser ist schaden achten unsere achse ist da besser steinhammer wir brauchen da drei sehnen 333 button wie mache ich die drei sehnen oh gott basic band jetzt kommen wir noch etwas herkraft hier guckt die sind viel besser hätte lieber die bauen sollen verdammter mist da kann ich streie daraus machen super gut super gut super gut ach so da können wir uns ja dann noch ein paar mehr taschen machen auch die mitnehmen ja strong sin ich glaube was die brauchen wir wenn wir einen einen bogen bauen wollen ich muss erst mal die sachen aufheben frost fern bandage geht auch nicht okay ist es das ja ich nehme das mal mit mir uns wieder ein bisschen heilen und ich werde mich dann definitiv erstmal vom acker machen und mich nicht weiter hier aufhalten ist das mal zum schmieden ansonsten baue ich mir woanders eine kleine hütte ich hab grad was komisches gehört was sehr sehr komisch ist okay ich war jetzt mal strong sinu was kann man jetzt schon wieder mehr machen eine große tasche jetzt geht's los hier das crafting fieber es hat mich gepackt okay long stone hammer ja bitte long bow nein da brauchen wir noch eine haut ne shredder axt shredder axt ist immer gut rüstung jetzt geht's los alter wikinger style von weizen oh mein gott aber alles brauchen für alle szene ist doch nicht dein ernst helfe helfe ich wollte mich aufessen helfe 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 horso helfe 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 millise das stimmt wieder von da gerannt na bist du doof bist du dafür gucke ich bin ich doch also wissen du ihr skelette er seid nicht besonders helle wissen jetzt drüben kommen wir kommen nur von der seite ran eine blocken mechanik wäre bei dem spiel auch noch sehr super gut das haben wir schon das ist besser das geht ja auch alles kaputt die rüstung ist ja auch naja wir gehen mal hier weg das dorf das kann das ist verflucht das ist nicht gut ich gehe jetzt mal da in die richtung und so war noch ein paar renntiere oder so hoffe dass wir da noch was finden am besten muss ich mir auch noch eine kiste bauen für das ganze zeug was wir noch so brauchen aber brauchen brauchen wirklich als allererstes erst mal so ein bogen damit wir dann sehnen bekommen und heute und vor allem was zu essen ich sollte vielleicht auch schon mal ein bisschen ein bisschen holz fällen weil falls wir dann spontan schnell ein feuer machen müssen weil uns kalt ist und wir dann kann erst noch holz hacken gehen müssen ja scheiße wir müssen ganz schön ganz schön überfüllt das kann ich immer wegwerfen blöden schädel braucht kein mensch sind das eigentlich flint ähm na gut den rest brauchen wir natürlich jetzt muss das mal reichen kann ich ja eigentlich longbow ja den kann ich auch so bauen da brauche ich nicht extra was kann ich schon so ein crude stone hammer bauen da fehlt uns auch ne haut ich werde bekloppt ist das die möglichkeit irgendwas klingt ja komisch ich höre es doch ich gehe wieder richtung wasser ich habe irgendwie das gefühl da waren es nicht ganz so böse alles sagte er weiß was uns dann dort entgegenkommt werden lecker ich glaube man kann auch so eine bandage nehmen es nützt alles nichts dass es aber es essen würde es ist aber doch sehr sehr verdammt kalt zu kalt eigentlich wir brauchen einen ne stöcke haben wir genug wir brauchen rentier ich sehe nirgendwo eins sagen wo rentier sein rentiere hallo zeigt euch hat auch keine lust mehr zu rennen aber hier zum beispiel ich finde hier ist ein guter platz um ein haus zu bauen wie mache ich denn das baue schon haus also irgendwo ich brauche ein anderes 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 vielleicht hier so ja hier kleine hütte brauche ganz schön viel holz ganz schön viel holz oder für das alles andere brauchen wir noch viel mehr holz oder stein oder der black schmidt nützt ja nichts da muss man halt ein bisschen holz fällen gehen notfalls aber eigentlich brauchen wir erstmal noch was zu essen das bringt uns halt alles hier leider nichts ohne so eine formale die de kiste oder renntiere vor allem höre ich hier durch die kante und finde nix die rentiere können sich doch nicht nur in der nähe vom drachen aufhalten was sind das für lebensmüde rentiere es wird vor allen dingen so was ähnliches wie tag gerade hell sieht auch irgendwie schön aus aber es wird nicht so richtig hell wisst ihr wie ich mein ja so medium hell oder was du spiel du hast zu wenig rentiere dafür dass ich so viele brauche und das wetter macht es nicht besser ich sehe nichts das ist natürlich jetzt eher so nicht so toll was denn hier jetzt kartenende nee man sieht durch den schnee sieht man nichts vor allem wo schneiden also na gut sind tatsächlich ein paar wolken da ich merke schon wie es uns kalt wird ich mache jetzt hier ein feuer ein feuer wie mache ich das denn eigentlich schnee werden das also bauen unser hat ist irgendwie verschwunden wie habe ich denn das jetzt gemacht aha wie hat dir fehlt noch holz und noch mehr stein das ist gar nicht so gut weil ich habe das gefühl dass wir das jetzt nicht gleich finden zu stellen ok so wo kriege ich jetzt den stein her ist irgendwo ein stein es ist natürlich auch noch dieses böse wetter zu uns ist denn das die möglichkeit da ist glaube ich da ist auch ein stein los beeil dich bevor wir hier erfroren sind muss ich meine schöne metallachs kaputt machen ist denn das die möglichkeit los dir kann unmöglich kalt werden bei der aktivität hau mal richtig zu dann wird es ja auch warm ich brauche sowas von einen hammer ich brauche sowas von einen hammer kohle nein ich brauche stein stein stone los los ist doch nicht wahr weil die schuhe friert gleich du erfrierst sowas von gleich ja stein jetzt kann ich dich nicht aufnehmen ich krieg nach der krise was ist diese scheiß pfeile weg er hilft mir eh nix ach du scheiße lauf wer wir sind sofort tot wenn es auf null geht ach ne es zieht uns bloß leben ab alles klar alles klar ja war meine güte sieht man jetzt hier irgendwo ein rentier ne müssen doch irgendwo rentiere sein jetzt haben wir vor allem schon wieder so viel stein und so viel zeug raus gehauen und haben immer noch keine rentiere hoch das ist also wenn ich zu nah ran geht dann verbrennen wir wir müssen auch schon wieder was essen hatte ich nicht irgendwo ach nee das waren keine bären das war baumwolle okay wir wissen was essen haben wir nicht zu essen wir erfrieren fast spiel du bist wirklich knadenlos ich glaube wir müssen das wirklich nochmal neu anfangen ansonsten wird das alles nur käse vor allem dieses lange herumstehen wir brauchen ein haus und vielleicht so ein basic shelter teil also ich glaube hier sind keine rentiere ich schaue trotzdem nochmal ein bisschen in die richtung einfach nur das ist das der wind ich hoffe das war der wind ich schätze mal sobald man so einen bogen hat ich hoffe der bogen verliert dann nicht auch wieder irgendwie an haltbarkeit und so ein zeug also hier ist echt nichts also wirklich nichts nichts gar nichts ist hier keine rentiere keine gar nichts ich glaube wir müssen wirklich da in der gefährlichen umgebung bleiben weil sonst nirgendwo da komm her wir haben hunger und wir brauchen einen blöden bogen ja 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 aber das war doch gerade eben noch keins hier oder wir dürfen es nicht davon kommen lassen oh gott wie weit rennt denn das weg naja wo ist denn hin ach da hinten müssen aufpassen dass es nicht wieder davon rennt naja verdammt bleibst du stehen das kommt bei dich also schleich schneller als uns jetzt doch bemerkt ich kriege gleich die macke komm wieder zum wasser das kommt jetzt schlecht dich an ja jetzt vor allem wie viel schläge nee wieso hat uns das unter entdeckt kommst du her du spiel du bist gnadenlos und böse und gemein du bist diabolisch ja ich glaube die folge ist auch zu ende oder irgendwie so ja die folge ist glaube ich zu ende der weiße von böses rentier hat das was mit wind zu tun hör auf so zu wenn du so laut atmest ist kein wunder dass wir das nicht finden das ist uns dann denkt da kommt der angekeucht da will uns essen wie soll man denn so ein teil fangen ey ganz ehrlich aber nur noch eins dann können wir unseren hässlichen bogen bauen nö vor allem je weiter es dann immer weg rennt und unser magen ist sowas von leer ja gibt ja vielleicht noch irgendwo bären jetzt hör auf so zu atmen komm runter komm runter es wittert ich glaube wir müssen es ein bisschen in ruhe lassen da ist glaube ich scheinbar wirklich eine taktik dabei immer schön von hinten da hingehen und vielleicht stehen bleiben wenn es guckt vielleicht weil das ist so spannend ne ich hab grad echt gedacht es fällt um weil ich hab was sind das da vorne ist das das dorf oh was war denn jetzt komm 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 hör auf so zu atmen komm runter komm runter komm runter und es ist schon wieder ziemlich kalt ach jetzt komm komm beobachten und ganz langsam es muss sich in sicherheit wiegen ich hoffe es braucht nicht noch ein schlag also dann danach da ist noch ein Rentier ich hab's gehört ne oh gott sei dank was nein ich möchte alles mitnehmen alles kann ich das nicht mitnehmen tut mir leid dann lassen wir das hier so so und nun werden wir sterben weil wir haben kein holz wir haben kein wir haben gar nichts weil ich bären komm ich irgendwo bären her ja mhm davon oder ne jetzt du bist baumwolle von angstischen bäumen gab's doch was dachte ich das da vielleicht ja gab's jetzt hier bären bären Wuttenstick müssen echt was essen dann brauchen wir uns schon wieder unser feuer na klar ist denn das die möglichkeit ist denn das die möglichkeit da ist so einfach das ist natürlich wieder anderes fleisch ist doch nicht das mache ich denn da jetzt werden gleich sterben werden gleich sterben ok das war nicht gut aber wir haben wieder etwas zu essen etwas ich habe auch keine ahnung wo es zu unserem feuer geht oder ähnliches war es noch ein renntier das ist noch ein sehr jetzt seid alle da oder was ist denn das ist doch ja ich mache jetzt erstmal ein feuer hier sind renntiere und so ich denke hier kommen wir ein feuer hier kommen wir eine hütte machen hier ist alles ok 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 j j blödes feuer flint so wir brauchen sechs steine brauchen wir dafür alter schwede kann ich jetzt so einen blöden hammer da brauchen wir noch zwei steine so viel zeit haben wir vermutlich nicht mehr aber sehe ich vielleicht von hier schon irgendwo mein anderes feuer vielleicht können wir da ja hin irgendwie muss eigentlich in der richtung gewesen sein kommt das geht schneller als jetzt hier nochmal ein neues feuer zu bauen weil diese steine zu ernten das dauert ja jahre der wind da hört sich schon kalt an vorne war das doch oder da oben auf dem berg wer hat jetzt nicht langsamer oh gott oh gott oh gott das kann alles nur supergut werden supergut achso ich wollte eigentlich die folge beenden ja das wollte ich wirklich da so zu feuer und zur rettung jetzt nicht schlapp machen aber jedenfalls waren da ein paar rentiere schon mal nicht schlecht ok cook meat erst mal was essen ah lecker wie viel füllt denn das auf na gut es füllt schon ganz schön was auf füllt ja wirklich ganz schön was auf Mensch da hebe ich mir das andere noch auf so für als mahlzeit zwischendurch und als nächstes bauen wir uns dann in der nächsten folge einen steinhammer holen uns ein bisschen stein und dann wohl blöder langbogen ah das mache ich jetzt noch das mache ich jetzt noch Lamper check so komm her ok jetzt bogen bauen ich brauche jetzt noch ein paar primitiv flint error flints flints kamen auch aus stein raus wir haben natürlich jetzt für unseren hammer fehlt uns ne haut aber das ja zum beispiel wir brauchen aber ach ne hier brauchen wir bloß max 625 achso so baut man dann 5 und so baut man einen also bräuchten wir flints findet man aber auch nur am unten am wasser da werden wir aber in der nächsten folge noch mal gucken sehen ob wir da was finden und dann ja mal sehen bis dahin macht es mal gut euer evilbob he ciao